Willkommen zurück zu State of Decay. Ja, jetzt habe ich den Soldat. Jetzt habe ich mal wieder so ein paar Tage nicht gespielt und schon die ersten Meldungen direkt bekommen, weil ich gestartet habe, einer wird vermisst von den Nachbarn. Die Straßen sind voller Zombie-Horden. Ähm... Deswegen... Wir müssen jetzt hier mal gucken, wo diese scheiß Zombie-Horden sind. Okay, da haben wir eine. Wer ist denn eigentlich der Ben? Also Ben wird vermisst, so hat es geheißen. So, da ist die andere Horde, da und sechs. So, und schon geht es unseren Leuten wieder besser. So... Ist hier jemand, wer vermisst? Da haben wir einen Infektionsherd. Und was ist da? Doc Henderson. Ja, ich würde sagen, das machen wir noch mal. Geh mal zum Doc. Komm nicht da hin. Ah ja, ich fahr da weiter und dann links weg. Zu den Wilkersens. Ah, warte. Die nehmen wir noch mit. Wie das Auto aussieht. Ah. Das ist ein Mann. Ich weiß nicht. Wir sind noch nicht mehr. Wir sind gerade noch mit dem Schuss. Wir sind noch nicht alles auf dem Radio. Wunder. Okay, wir können es schauen. Wenn sie einen Helikopter haben, vielleicht können sie uns davon rauskommen. Das ist eine Mann. Ah, das ist ein Mann. Ich bin auf dem Weg. So, Felix. Corporal Torres. Sergeant Tan. It's been a while. What was it, three years? To Afghanistan. Right. Guess I'm not surprised you're out here ignoring the quarantine orders. Yeah? Gotta say I'm surprised to see you standing around with your thumb up your ass while civilians are dying all around you. You don't have to like orders to follow them. So what? We're on our own? Civilian Casavac isn't the mission. Isolate, contain, identify. Until the squints figure out what's causing this little chucklefuck, you're all potential carriers. Any chance are you listening if I tell you to go home and lock the doors? Probably not. No. Well then I guess I didn't see you out here. You better get going. Captain gets cranky when people contaminate or see them. Hm. Was hab ich eigentlich grad an Sachen dabei? Na, Kampfwaffe, nicht so toll. Ein bisschen Munition, ein Gewehr. Hier war doch irgendwo noch der Waffen-Shop. Echt? Hier? Den könne man doch mal angucken. Ich verlasse das Gebiet. Ja, ja. Wo stehen die denn da oben? Hier drin? Ja. Sind oben. So. Ausgestellt. Ja. Diesmal. Na, schau mal an. Ich habe nicht genug Platz für das. Na, verändern. Und noch ausfunken. Holst du noch Flügel hin? Holst du es mal auf. Okay. Ich werde alle, die bereit sind. Ich habe es. Hm. Zerstören. Blau-Kopf-Waffe können wir sicher noch brauchen. Ui. Äh... Fuck, ich brauche größeren Hugsack für Maja. Lalalala. Wisst, weg damit. Nehmen. Ha, okay. Das merken wir uns einfach mal, dass das noch hier ist. Sonst machen wir uns dann mal jetzt auf zu Doc Henderson. Wenn ich mich recht erinnere, geht's jetzt doch nämlich gleich heiß zur Sache. Bin ich richtig? Ja. 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 Das haben wir ja schon gehört. Das ist auch nicht gerade die, ähm, freundlichste Truppe. Aber das sehen wir gleich. Das ist ja so eine Truppe von Murl Dixons. Früher mal. Wobei ich Murl eigentlich richtig cool fand. Schauen wir mal seine Wacken der Todes. Ja. 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 Wir gehen nicht darum, dass wir sich nicht mehr als Einstieg, die Leute sein können. Du kannst dich, Herr Rado! Ja. 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 Da ist doch Hansen. Wir müssen gehen. Ja. 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 Ich bin dabei. Also, wir nicht bewegen. Ich weiß nicht, ob Sie sich verstanden haben, aber es gibt eine ganze Menge von diesen Manns, die hier arbeiten. Das stimmt, Mickey. Also, warum wir uns hier unseren Freund zu stellen? Okay, du hältst ihre Hand. Ich werde es auf Eli. Das ist dein Geil, ob du du helfen willst, oder ein Schmerz in meinem Arsch. Ja, denn ich wäre mehr als glücklich, dich zu einem Baum zu knallen und zu benutzen. Okay, dann. Lass uns arbeiten. Genau, wir müssen jetzt die Brute verteidigen. Wenn sie kommen, wird es viele von ihnen sein. Wir müssen die Gefahren, wo wir können. Okay? Los geht's. Los geht's. Wir müssen hier ein paar Schmerz in die Schmerz. Wir müssen hier ein paar Schmerz in die Schmerz. Das ist dort, wo wir sie haben. Ich versuche, dass wir diese Sache nicht in die Schmerz in die Schmerz in die Schmerz. Die Schmerz sind nicht so smart, aber sie haben immer geholfen. Sie finden ihre Weg in hier, wenn es eine Schmerz gibt. Und wenn Sie ihnen genug Zeit haben, sie machen. Sie haben einen. Sie sind nach dem Schmerz, nach meinem kleinen Schmerz. Sie haben keine Schmerz. Und Sie haben keine Schmerz auf dem Schmerz. Sie haben das. Wir machen unsere Schmerz in die Schmerz. Sie müssen die Schmerz in die Schmerz. Sie müssen die Schmerz in die Schmerz. Ja, sie kommen. Sie sind. Sie sehen, dass wir ein paar Minuten haben. Sie müssen noch ein paar Schmerz in die Schmerz. Sie müssen noch etwas von Kasteln sein. Wenn Sie einen mit etwas mehr Böhm brauchen, schnitt sie durch einen von diesen Schmerz. Sie sind nicht zu nahe. Sie werden nicht zu nahe, wenn Sie das machen. Ich komme auf die Straße jetzt. Sie besser vorbereiten. Ich würde mich nicht mehr auf die Straße. Ich würde mich nicht mehr auf die Straße. Ich würde mich nicht mehr auf die Straße, oder? Ah, sie hat sechs Schmerz. Schade, du Sexschuss dafür. Nehmen wir mal die. Ich glaube, dafür habe ich ja noch Munition, oder? Auch nicht. Was habe ich für blöde Munition eingesammelt? Ich glaube, wir haben ein paar Sekunden. Jetzt legen wir ihn zu gutem Benutzen. Ja, eben, genau. Das würde ich gerade sagen. Ich sollte meine Mutation drauf mal ein bisschen sparen, weil da kommt nämlich noch ein, da ist er schon, ein ganz spezieller Zombie. Und der frisst einiges. Scheiße, ich habe gar nicht mehr so viel Munition jetzt drauf. Kann auch schnell zumachen. Ah. Ja. Sehr fix. Ich glaube, es kommt noch so ein dicker. Haben die noch Munition? Den habe ich schon. Haben die noch sowas da? Ja. Okay, dieses Buggy. Nicht viel. Ich hab noch nie. Ich nehme aber noch ein bisschen was. Ich glaube so ein Fetter kommt nämlich auch noch mal. Das ist es für mich. Well that just about ought to do it we should check on Eli Doc, what's the good word I'm sorry son, I did all I could Oh hell God damn it How long have we got Doc, before he turns Minutes maybe, maybe sooner, unless... No, no way, we are gonna bury Eli, proper Bury it and it'll claw its way out Your brother's dead and gone boy What we're talking about here is a kindness I'll do it Doc, you can't ask me to do this I promised Ma I'd take care of him I'll do it I'll do it Better do it quick then, before it starts to move Eli This is the friend of... Jacob I'll do it You can take care of the kids This is for the wolf Ich weiß nicht, was ich jetzt schreibt. Wo ist jetzt der Tag hin? Was ist denn? Will ich dir etwas helfen? Und nun? Ich glaube, ich fahre jetzt einfach mal zurück. Scheiße, da kommt eine Horde. Schnell ins Auto. Wo ist denn jetzt der Tag hin? Oh. 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 Wie ist er? Der Fever ist höher als es war, aber es ist noch nicht kaputt. Hey, hast du, hast du gesehen auf den Schlauch dieses Schlauch? Es ist alles, ich bin der Schlauch, ich schlauch von dir. Good job, Schlauch. Die Schlauchers, auch, haben sie gemacht. Ich bin der Schlauch. Hast du die Antibiotik? Wie viele, wie wir können. Die gut ist, dass die Schlauch nicht nekrotisch wurde. Ich habe einen Blick auf ihn, bis die Schlauch zerre, aber ich glaube, dass dein Freund es geschafft wird. Danke, Doc. Danke, ein Mann für seine Arbeit, dann wird es nur auf seine Kopf. Ich habe eine Lollipop jetzt? Ja, sehr schön. Ed geht es anscheinend besser. Wir müssen nicht mit dem Volt gehen, mit einem Gewehr in der Hand. Ja, das war es mit dieser Folge von State of Decay. Bis zum nächsten Mal, Leute.